Liebe Crewmitglieder, dass die Sea-Watch 4 heute zu ihrem ersten Rettungseinsatz ausläuft, ist ein ganz besonderer Moment. Auch für mich persönlich, der ich euch bei der Taufe der Sea-Watch 4 in Kiel mit auf den Weg geschickt habe. Aber auch viele andere, tausende andere Menschen sind jetzt mit dem Herzen bei euch. Sie haben das Geld dafür gespendet, dass die Sea-Watch 4 überhaupt gekauft werden konnte. In dem Bündnis United for a Rescue stehen mittlerweile über 500 Organisationen und Institutionen hinter euch. Sie alle eint die Überzeugung, dass man Menschen nicht ertrinken lassen darf. Man muss sie retten. Dazu lauft ihr jetzt aus. Ihr wollt Menschenleben retten. Und ich möchte euch dazu die alten Segensworte aus der Bibel mit auf den Weg geben, die Menschen seit Jahrtausenden begleitet haben. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.